Okay Leute, Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon White 2. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Ich bin nicht, wie ich am Ende des letzten Partes gesagt habe, nochmal zurückgegangen, weil mir unbewusst, also, beziehungsweise mir wurde nochmal mitgeteilt, dass es doch in dieser Stadt hier eine Arena geben würde. Deswegen kicken wir nochmal ein paar Passanten beiseite, ja, und gehen nochmal den ganzen Weg zurück. Da ich sowieso heilen musste, trifft sich das Ganze doch eigentlich ganz gut, würde ich jetzt mal sagen. So, ähm, ja, du, 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 du hast, ähm, überholt. Ja, ja, ich mobbe dich. Nur dich. So, 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 komm, ich bleib mal stehen. So, ähm, eben kurz, ähm, Pause, Moment. So, weiter geht's, ich musste eben kurz pausieren und ja, nehmt mir das nicht übel und ja, ich spiele heute mal nachts. Er spielt nachts, oh mein Gott, oh mein Keks. Keks. Ja, ich spiele immer noch im Englisch. Ja, ihr habt ganz richtig gehört, das Ganze ist in Englisch. Nicht in Japanisch, in Englisch. Okay, sagen wir, Englisch. Ne, ja, 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 Englisch. Ja, Englisch. Ah, okay, lassen wir das. Nein, ich hab grad geheilt. Ich will ein paar Münzen haben. Gib mir irgendwelche Münzen. So, ich hab eine Münze bekommen und, ah, noch eine Münze. Oh, ist das lässig, oh. Aber ich hab das Gefühl, dass diese Münzen jetzt irgendwie, weil ich da gerade gelesen habe, One More Drink, ähm, für so ein Dings da, Automaten da zuständig sind, dass ich da mir Getränke holen kann. Und wo soll hier jetzt eine Arena sein? Oh, ich würde mal sagen, hier. Nee. Obwohl, nee, das sieht aus mir so aus wie so ein Labor. Wo kann ich da runter? Nee. Wo, da war das Zeichen? Okay, wenn die sagen, nein, ist nicht, dann... Dann ist nicht. Aber da, 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 da. Ah, hallo. Ja, ich verstehe. Okay, das ist... Wer bist du? Wer bist du? Verdammt nochmal, wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Was willst du? Ich hab kein Geld. Du siehst komisch aus, was willst du? Jetzt rennt sie weg. Okay. Ich denke mal, ich muss jetzt hinterherlaufen, wenn ich hier nicht rein darf. Pisser. Hören wir mal hier hin. Wo auch immer die hin ist. Ich denke mal, vielleicht könnte das sein, dass das jemand was mit der Story zu tun hat, irgendwie. Wie gesagt, das Spiel ist blind. Also blind. Ich kann zwar was sehen, also ich bin nicht in der Sinne, in der Hinsicht blind. Ähm, wo ist die hin? Vielleicht hier noch was? Ich glaube nicht. Ah, sorry, meine Nase sitzt leicht zu. Ähm, ja. Irgendwie gefallen mir Pokémon-Städte. Ich bin in 3D nicht so ganz. Nimm mir das nicht übel. Oh, hier ist sie. Hey, da war gerade was auf Englisch. Lolz. Ich denke mal, ich muss mal weiter vorfolgen. Wie schnell kann die bitte rennen, ey? Das ist schon immer... Over here. I said here. Okay. Englisch. Nice. Also muss ich hier. Ach, geht automatisch hin. What the fuck? Ja, ja, was... What the fuck? Yes. Interessant. Er rennt natürlich hin. Ich durfte ja vorher irgendwie nicht hin. Irgendwie so was war das. Doch, der Herbert hat mich nicht durchgelassen. Aber ich renne auch gerne noch mal hin. Okay. Einmal ruhig. Einmal rein. Und... What the... Castly Srear. Okay. Ja, ja. Achso. Er verfolgt mich jetzt. Hier oben lag nichts. Gut. Ach, hier gibt's wieder Pokémon. Ist ja interessantes. Oh, Ratzfatz. Ratzfatz, wirst du platt gemacht. Blutisch. Oha. Doppelkampf. Ratzfatz, wirst du platt gemacht. Ähm... 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 Rata. Ich... Ich könnte ein Training gebrauchen. Wenn ich schon sehe, dass der Rivale auf Level 20 ist, muss ich echt noch mal gucken. Und was hat ich hier... Die nochmal ausgemüglich ein bisschen... Ja, in den Arsch trete meinen Pokémon. Mental in den Arsch. So, ähm... Ja... Ich glaube, ich nehme einfach mal auch mal mein Main-Pokémon, sage ich jetzt einfach mal. Das wäre Pigknight. Immer noch nicht Pimpknight. So, ähm... Ja, futz nicht. Ähm... Leck mich doch. Wartet mal. Ich... Ich... Ich will das ein bisschen schneller haben. Okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben schnell. Machen wir das so. Sorry, dass man das jetzt da gerade sieht, aber... Puh, Wayne! Äh... Flame Trash. Und mach kaputt. Mach kaputt, sagte ich! Äh, ich will es kaputt machen, ja? Ist mein Anrecht, das kaputt zu machen. Geht doch. Wenn ich schon bei so einem kleinen wilden Doppelkampf fail, dann will ich gar nicht mehr wissen, wie das andere wird. Hier sind aber schon auch noch welche. Äh, du hast einen Trainer. Ja, interessant. Liegt irgendwo ein Item? Na, jetzt geht es mir langsam auf den Piss. Äh, ihr geht mir auf den Piss. Ja, ihr habt richtig gehört, ihr geht mir auf den Piss. Ja. Fein erkannt. Ihr geht mir auf den Piss. Run away. Äh, ich glaube, ich stelle mal eben das Team um. So, Pokémon. Nochmal Picknight. Switch. Da. So, passt schon. Liegt hier irgendwo ein Item? Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier überhaupt nichts liegt. Wir zu battleen. Na, super. Einzelkampf oder Doppel? Einzel. Okay. Das haben wir schnell. Äh, Flame Charge. Okay, das ist dann jetzt doch wieder etwas sehr schnell, aber egal. Passt schon. Na ja, ähm, weiter geht's. Weiter geht's. Ja, ja, nein. Keep battling. Oh mein Gott, irgend so ein... Boah, hier müssen sich die Sounds anhören, ey. Da kriege ich's Kotzen bei. Okay, das ist nicht sehr effektiv. Säure. Heilige. Jetzt kommen wir... Demnächst kommt so ein Atommüll. Pokémon. Ich seh's schon kommen. Wenn's das nicht eh schon gibt. Ich kenn ja, wie gesagt, die fünftigen Generation sind so noch nicht blind. Mega blind, wenn man's genau nimmt. Weil einige haben den Vorteil, die haben White 1 und Black 1 gespielt. Ich nicht. Soll ja angeblich auf dem Basieren. Was heißt angeblich ist, tut es. Was, 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 was? Smog. Smog. Was will ich mit Smog? Das ist Gift. Was will ich mit Smog? Egal, Tackle, mach mal weg. Okay. Ich hab jetzt Smog erlernt. Wow. Das frickt mir eigentlich nicht viel. Egal. Haben wir jetzt Smog. Was sagst du? Ey, Peter, was sagst du? Okay, wir müssen irgendwas erledigen. Keine Ahnung was, aber wir müssen was erledigen. Äh, ähm. Oh mein Gott, wenn ich das schon sehe, das ist doch ein unterirdisches Labyrinth. Heilige. Oh mein Gott, zwei Zubats. Oh mein Gott, was sollen wir nur tun? Oh mein Gott, oh mein Gott. Pick Knight. Ich hoffe, dass ich überhaupt noch auf dem richtigen Weg bin. Ja, Got Away Safely. Gefällt mir. Abonnieren. Favorisieren. Daumen hoch. Und demnächst, das nächste Mal Schutz mitbringen. Denn jetzt geht's mir echt auf die Eier. Ja, komm. Battle mich mal eben. Ich hab's nötig. Battle mich, battle mich, battle mich, battle mich, battle mich. Was wollen die eigentlich alle kämpfen? Ich muss hier irgendwas erledigen. Worker. Äh, okay. Typisches Worker-Pokeman, denke ich da mal. Sieht auch irgendwie so aus, ne? Ja, ja, passt schon. Probier mal was Smog aus, mal gucken. Ähm. Auf irgendwas. Äh, pff, ja, pff, ja. Gedöns. Ich will diesen Pappen was erreichen, Leute. Äh, mach mal Flamethrad. Äh, also hier, das war irgendwie, keine Ahnung was. Flammenwurf ist es auf jeden Fall nicht. Dann wäre ja noch zu schön. Feuerwirbel oder so. Ne, ne, wie hieß das auf Deutsch? Das war für mich in dieser Kreis. Keine Ahnung was. Flammenrad, Flammenrad oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ganz ehrlich. Okay, ich bin falsch. Boah, leck mich doch. Was ist das denn denn eingestellt mit der... Ich werde gebattelt mit, zugespannt mit Pokémon-Rate da. Wilde Pokémon-Rate, die ist hier viel zu hoch eingestellt. Ganz ehrlich. Das geht mir auf den Piss. Äh, hab ich vielleicht zufällig irgendwie im Bag wirklich einen Schutz oder so? Äh. Gucken wir mal. Ich will ein paar Pappen erreichen und nicht die ganze Zeit nur... Na, scheint nicht so. Puh. Das ist blöd. Shit. Shit. Was haben wir hier? Da komm ich auch nicht lang. Okay. Boah, jetzt. Ernsthaft? Wirklich? Das hat immer diese Scheiß-Animation, die 500 Jahre dauert. Ey, das regt mich jetzt auf. Ich muss hier irgendwas erledigen. Ich weiß nicht mal was. Und ich kann jetzt nicht mal fliehen. Was ist das denn für eine Scheiße? Boah. Geht mir nicht. Leck mich. Was kann ich entkommen? Da mach du es eben kaputt und fertig. Ey, meine Fresse. Boah. Jetzt gleich. Ich seh's doch mal schon kommen. Dududududududun. Was ist eigentlich hier? Mangelst du uns durch? Ach, leck mich doch. Boah, zwei Zubats, ey. Wir haben schon zehn Minuten voll und nichts erreicht, das geht mal gar nicht. Run away, bitch. Ich muss hier unten hin, glaube ich. Aber da ist zu, da war eine Kiste im Weg. Boah, jetzt ernsthaft? Seriously? Ihr geht mir auf den Piss, auf die Eier. Leckt euch. Leckt euch gegenseitig. Geht mir nicht auf den Piss. Da ist auch zu. Ah, hier, 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 was ist hier? Oh, ein E-Term. XP-Defense, okay, SP-Defense und so. Ne, das brauch ich. Boah, Mann! Mann! Ihr regt auf! Ey, boah, Fight, mach mal hier Flam-Chatch auf Zubat und der andere macht das andere halt kaputt. Nee, er macht jetzt das kaputt, was ich kaputt machen wollte. Ne, er macht erstmal hier nur so Wasser, Regentanz, Gedöns, irgendwas, keine Ahnung was. Schwächt Elektroattacken, obwohl er kein Elektro-Pokémon ist. Ja, leck mich doch. Oder er verstärkt Elektroattacken, genau, so war das. Das schwächt Feuerattacken. Ey, leck mich doch am Arsch, ich bin Feuer. Ja, klar, das ist jetzt auch kein Wunder, dass das hier so mega lange dauert, bis ich das dann downkriege. Boah, Idiot, Pfosten, geh, sterben. Ah, Amtras. Ja, ja, genau, ja, genau. Hä, leck mich doch. Ey, nee. Der kann es natürlich mega schnell kaputt machen da, wegen seiner komischen, was weiß ich was, Attacke. Und ja, ich muss natürlich zusehen, weil er hier meine Attacken alle geschwächt hat. Nein, ernsthaft, schon wieder? Es sind keine fünf Sekunden oder so vergangen und dann schon wieder neu. Boah, leckt mich doch. Ey, nee. Das geht doch gar nicht. Trainerkampf auch noch. Ey, ganz ehrlich, Leute, wir machen hier dann im nächsten Pfad weiter, nach diesem verkackten Trainer. Na, den mache ich jetzt eben noch fertig, weil das regt mich gerade derbe auf. Ey, ich gehe danach erstmal offscreen Pokémon trainieren und Pokémon heilen. Und sowas, ey, das finde ich einfach nur unter einer Sau, wenn man sowas macht, wie das hier. Diese Passage. Alle zwei Sekunden kommt ein Pokémon. Ja, was willst du denn da machen? Geht doch total auf die Eier. Flammtrage, mach das Ding kaputt. Ja, nix hier, Metallklaue. Marskap... Ach, jetzt kommen wir nicht mit der ganze Zeit zurückschrecken. Jetzt reicht's aber. Ey, jetzt. Ernsthaft? Ernsthaft? Wirklich? Ey, ich will in diesem Part noch fertig. Sag mal, willst du mich eigentlich aufregen? Sterben. Danke. 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 Boah. Mann. Regt schon leicht auf, ne? So, äh, wir sehen uns dann jetzt hier im nächsten Part. Haut da rin. Und, ja, bis dann, ne. Tschö. Tschö. attitude.